Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier aus eurem Mantinen-Eck. Ich bin der Georg und heute geht es endlich mit einem Projektvideo los und zwar mit der Projektvideoreihe. Sehr genauer gesagt, diese Reihe allgemein wird aus drei Videos bestehen und zwar dreht sich alles um das perfekte Mantinen-Terrarium, sprich in diesem Projekt möchte ich mit ein paar Kooperationspartnern, die werde ich auch noch hier im Video benennen, möchten wir eben versuchen so ein natürliches und eben ein wirklich fast perfektes vielleicht Mantinen-Terrarium erstellen für Mantinen, sprich in diesem Video jetzt ist das so gesehen das Einleitungsvideo oder das Einführungsvideo. Ich werde euch so ein bisschen die Konzepte dahinter erklären, was überhaupt der Sinn dahinter ist, was ist unser Ziel, was wir ja alles durchführen möchten, also zum Beispiel Rückwand, Größe des Terras, Art des Terras und so weiter. Das alles werdet ihr also in diesem Video sehen. In diesem Video werde ich eben ein bisschen viel reden, ein bisschen viel quatschen, aber damit ihr auch so gesehen die Hintergründe von diesem Projekt versteht und auch eben sehen könnt, wie überhaupt sowas alles zustande kommt. Also es ist eigentlich ein sehr interessanter Einstieg, wie ich finde und ich würde sagen, wir fangen auch schon direkt an mit dem Video. Ich wünsche euch also schon mal viel Spaß und bis gleich. Also an der Stelle, es handelt sich um ein Mantinen-Terrar-Projekt, also wir möchten ein perfektes Mantinen-Terrarium erstellen und am Anfang, ich weiß auch gar nicht mehr, wer die Idee hatte, auf jeden Fall hatte ich da mal mit dem Michael Frischoff mal kommuniziert diesbezüglich und er machte ja sehr coole Terrarien, also er ist ja wirklich ein Profi im Thema Terrascaping und Aquascaping. Und da hatte ich halt mal, ich weiß nicht, irgendwie ist es dann im Gespräch irgendwie herausgekommen, dass wir vielleicht mal so ein perfektes, sag ich jetzt mal, Mantinen-Terrar für mich machen können, weil ich bin da eher so der konservative Typ. Bei mir sind nämlich die Terrarien eher ein bisschen, ja, leerer. Ich verwende auch eher künstliche Pflanzen und ja, also da sind halt Welten dazwischen, was zum Beispiel der Michael macht und was ich dann zum Beispiel mache. Also deswegen wollte ich das jetzt mal auch mal probieren und zwar mit seiner Hilfe oder halt unter anderem mit seiner Unterstützung mal so ein Mantinen-Terrarium einfach mal zu erstellen und das eben in Form von so einer kleinen Videoreihe eben mal zusammenzufassen und euch halt so ein bisschen auch mehr Content zu bieten. Die erste Frage, die sich auch hierbei stellt, ist natürlich die Frage, welches Terrarium sollte man nehmen, also welcher Typ? Sollte man zum Beispiel Falltür-Terrarien, Schiebetür-Terrarien und welche Maße beispielsweise? An der Stelle war es uns eigentlich relativ egal, ob wir ein Schiebetür oder ein Falltür-Terrarium haben. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt ein Falltür-Terrarium haben, weil ich halt oben, das sind halt keine Regale, ich habe halt oben relativ viel Platz, das heißt, ich kann auch die Schiebetür problemlos hoch und runter ziehen und das ist eben, also haben wir uns halt so festgelegt, also ein Vollglas-Terrarium mit Schiebetür, natürlich mit einer integrierten Doppelbelüftung, das ist ja natürlich sehr wichtig bei Mantinen an der Stelle, sie brauchen halt eine gewisse Luftzirkulation und auch damit eben Schimmel nicht so schnell bildet. Die andere Frage wäre jetzt hier an der Stelle die Maße. Für die Maße haben wir halt gesagt, dass wir die Standardmaße nehmen, also 20x20x30cm, das sind halt so, sag ich jetzt mal, die Standardmaße für so durchschnittliche Mantinen, also auf jeden Fall deutlich höher als halt in der Breite, denn die brauchen ja natürlich für die Häutung viel Platz, aber dadurch, dass wir auch diesmal eine gewisse Rückwand einbauen wollen, also eine dreidimensionale Rückwand, also eine ziemlich coole Rückwand an der Stelle, dann müssen wir natürlich auch ein bisschen Platz nach hinten machen, also nach hinten geben, und dementsprechend haben wir uns entschieden, dass wir ein Terrarium mit dem Maße 30cm mal 20cm mal 30cm, also Länge mal Breite mal Höhe, in der Länge und Höhe jeweils 30cm und in der Breite halt 20cm. Dann haben wir halt hinten so gesehen fast 10cm Platz für die Erstellung von so einer Rückwand, was natürlich ziemlich cool ist und ziemlich viele Möglichkeiten da bietet. Und nun die nächste Frage, der Stil, also es gibt ja verschiedene Terrarienstile, zum Beispiel Regenwaldterrarium oder Wüstenterrarium. Wir haben uns jetzt hierbei entschieden, dass wir ein Regenwaldterrarium erstellen möchten, weil die meisten Mantinen ja eher aus den tropischen und subtropischen Zonen herkommen, also eben aus dem typischen Regenwaldhabitat, also Sträucher, Regenwälder, sag ich jetzt mal, also diese ganzen Bäume. Wir wissen eben auch von vielen Videos und Fotos, dass die Regenwälder natürlich sehr dicht bewachsen sind. Wir haben da so viele Bäume, viele Lianen, viele Pflanzen, wir haben da Mose, Fahne und so weiter und das möchten wir halt alles in diesem Terra umsetzen. Dann natürlich auch die Rückwand sollte eben dreidimensional sein, sprich wir machen, naja, sowas in einer Art Baumoptik, sag ich jetzt mal. Also wir machen dann hinten so eine Art oder Formen so einen Baum, sag ich jetzt mal, und werden dann natürlich auch viele Klettermöglichkeiten bieten. Also wir müssen dann natürlich auch viele Äste einbauen, es eben viele Möglichkeiten für die Häutung gibt und das alles möchten wir gerne in diesem Terrarium einbauen. Also wie gesagt, Stil Regenwald, die Maße sind auch bekannt, das Terrarium ist auch bekannt und nun brauchen wir natürlich für so ein etwas größeres Projekt natürlich auch Kooperationspartner. Hier an der Stelle das Terrarium haben wir zum Beispiel bei Scorpion World Online Shop, also beim Helmut, bestellt. Der Michael Frischauf war dann so gesehen der Experte für die Einrichtung, sprich für die Rückwand, für die Pflanzen unter anderem und eben, sag ich jetzt mal, den Einbau und diese Einrichtung. Dafür war also Michael der Profi, also Michael Frischauf. Und auch an der Stelle, Bens Jungle hat freundlicherweise die ganzen Pflanzen hier gesponsert. Das war ein richtig großes Pflanzenpaket. Viele Grüße gehen raus und großes Dankeschön an der Stelle. Also die Kommunikation hat auch problemlos geklappt. Der Ben hat uns auf jeden Fall auch viele Pflanzen gesponsert oder freigestellt, die wir dann natürlich auch in unserem Terrarium eingebaut haben. Also der Fokus lag dann natürlich auch auf Regenwaldpflanzen, sprich wir haben da auch ein paar Regenwald, also Bromelien, Fahne. Wir haben da auch Rangpflanzen drinnen. Also wir haben hier einige Pflanzen drin, die ihr dann auch in den nächsten Videos sehen werdet. Auch an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an die Kooperationspartner für ihre Unterstützung, für ihre Kooperation und auch für Bens Jungle, vor allem für das Sponsoring. Ohne das wäre halt das Projekt wirklich nie so weit gewesen wie aktuell. Das wäre halt natürlich auch nicht möglich gewesen, weil ich bin halt auch nur Student. Ich kann halt auch nicht, sag ich jetzt mal, so viel Geld hinblättern für so ein Projekt oder so für YouTube. Deswegen, also ich mache das auf jeden Fall extra für euch und da freue ich mich natürlich, dass auch so viel Resonanz kommt und auch eben so viel Interesse, dass eben sich viele für dieses Projekt interessieren und auch gerne einen kleinen Teil dazu beitragen möchten. Also vielen Dank auf jeden Fall an die ganzen Kooperationspartner. Diese sind eben auch nochmal unten verlinkt, sowohl ihre Shop-Seite als auch ihre Instagram-Accounts. Im Prinzip war es das auch erstmal hier vom Allgemeinen. Für die Matilde, die sie dann dort einziehen wird, habe ich mir überlegt, könnte man vielleicht die Hero Dula Menus Kula nehmen. Die ist nämlich bei mir schon aktuell etwas älter und dementsprechend, also kommt jetzt so gesehen langsam dieses adulte Stadium auf sie zu. Und das Terra eignet sich natürlich perfekt dafür und hat eben viel Platz, ist natürlich dann auch sehr schön eingerichtet. Und das wäre natürlich optimal für so eine große Matilde. Wie das vielleicht auch einige von euch bemerkt haben, sieht man das auch hier im Hintergrund, das fertige Terra von dem Matiden Terra Projekt und worüber wir aktuell auch reden. Ich blende auch hier nochmal kurz das Foto von dem Endergebnis ein, damit ich, ich möchte halt euch auch nicht quälen oder halt das weiter hinausziehen. Aber dadurch eben, dass das Projekt so umfangreich ist, kann man das halt sehr schlecht in einem Video abarbeiten. Das wären dann so ungefähr 30 Minuten und ich muss auch zugeben, solche 30 Minuten Videos oder so schaue ich mir auch nicht gerne an. Deswegen teile ich das so jetzt in mehreren Wochen auf. Dementsprechend hier erstmal ein Foto von dem fertigen Matin Terrarium, damit ihr halt einen kleinen Eindruck habt. Und nächste Woche in dem Video werde ich euch zum einen das Unboxing zeigen, zum anderen die verschiedenen Schritte, wie wir da hingekommen sind zum fertigen Produkt. Also wie Michael das eingerichtet hatte, wie ich das dann schlussendlich auch nochmal bearbeitet habe, das Terrarium. Und dann werdet ihr auch nochmal das Endergebnis sehen. Und im dritten und letzten Video werde ich das nochmal in einem kurzen Resümee zusammenfassen. Also dann erzählen, was so vielleicht die Schwierigkeiten waren, wie das Projekt allgemein lief und wie mir das Projekt gefallen hat oder so. Kann ich eben auch nochmal gerne ein Video zu machen, da würde ich halt gerne noch ein bisschen ausführlicher darüber reden. Im Prinzip war es das auch schon mit diesem Einstiegs- und Einführungsvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ansonsten könnt ihr eben auch sehr gerne kommentieren, wie ihr das Projekt bisher findet. Also findet ihr das Projekt interessant, so wie ich das euch vorgestellt habe oder findet ihr das so la, so la la vielleicht oder so. Also ihr könnt das gerne auf jeden Fall unten unter diesem Video kommentieren. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dann mehr Content, also mehr Info über dieses Terrarium, wie wir eben da hingekommen sind zum fertigen Produkt. Ihr könnt auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren, falls ihr eben weitere Projekte in Zukunft sehen möchtet und euch eben diese ganze wirbellose Thematik und mein Team auch interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eben nächste Woche Freitag voraussichtlich zu einem Livestream, sollte eigentlich stattfinden. Und dann wie gesagt, nächste Woche Samstag zum regulären zweiten Projektvideo, wo ich euch eben was vorstellen werde, wie wir zu diesem Produkt gekommen sind und wie die ganzen Zwischenschritte aussehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns eben nächste Woche schon bald wieder. Ich wünsche euch also noch alles Gute und bis dann Leute. Ciao. Ciao. Ciao.